Begrüssen wir die zweite Standie, Feja Gündighofer von Untershausen bei Adolf. Sie ist ein einspannter Kykodoma, eine Poliwahlk, die sieben Jahre ist. Begleitet wird sie auf der Kutsche für ihre Ruhe von der Rippenbahn spielen. Sie sind in der Kutsche. 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 Die Kutsche geliefert, Sie sind in der Kutsche. Die Kutsche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020